ja die anderen zwei sind gerade auf K gut dann machen wir erst mal eine weiter Mikro kurz ausrichten so ok hier hinten in der Ecke sind die gegen die ich kämpfen muss ja gut Verräterkrieger Drachenbund Level 51 wir sind Level 55 das sind Zwerge oh der hat ein schönes Breitschmerz yes der gibt wieder mal nix so ein Arschloch war es der nächste der versteckt sich vor uns und da ist ein Styrox wieder mein Hund hat sich gerade gedacht na dann stempel ich nochmal hat er dir ins Zimmer gekackt so ewig nicht ins Zimmer ins Wohnzimmer ist ja noch besser ich bin jetzt auch wieder hier bei Aion bei dir in der Ecke ja aber das sind halt Tiere noch die Katze von meiner Ex hat heute sich auch im Flur übergeben weil die einfach wieder an den Grünzeug hier nagen musste und mein Sohn wo der das gesehen hat ihhhh die Katze hat dann geschissen weil das halt wirklich so eine langgezogene Kottspur war die war ja nackig oder fast nackig aber ich muss ich muss sagen dein Skin den ich vorhin gesehen habe ich weiß schon wie diese eine Folge heißt der sah recht lustig aus ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt die Aufgabe äh der Rayan Stamm hast du bestimmt noch nicht gemacht ne da siehst du halb nackt Schreiber und die Flüchtlingshilfe Quest noch ich hab zwar ein Level Up bekommen dort aber die Mobs sind Level 46 alle das ist ich hab schon gesagt das ist eigentlich unter meiner Würde das ist kein gültiges Ziel ein Tyrox ist in der Nähe ich kann nicht looten böses Tyrox ach tatsächlich aber ich hab ja ich hab zwei goldene Quests noch durch die Flüchtlingshilfe hab ich eine goldene Quest bekommen auf Level 55 die kriegst du also auch in zwei Levels da gibt es wieder ein schönes Video wo ich sagen muss die Qualität hätten sie da besser machen können ja ich weiß gar nicht von welcher Spiel kann ich 2008 wird mir bei Youtube immer angezeigt wenn ich das eingebe wenn ich ein Video hochlade so einer noch wo ist da steht der Dude das ist das falsche Ziel 1900 Schaden gemacht ja gut was finde das Raiyan Dingsbums Untersuche Ortits zerknitterten Plan achso da muss ich mir wieder was angucken Willkommen jeder freut sich oh es gibt Mana Steine ähm physischer Angriff magischer Angriff physisch ne magischer Angriff ne hier physischer Angriff würde ich haben ähm untersuchen Elender Drachenbord ich finde das Raiyan Dingsbums was ist da unten was ist da unten hoch oder runter ich glaube ich muss da lang oh Leute hier kann man runter geil warum hab ich das vorher gemacht ja genau deswegen wie können mich die Mobs in der Luft target das geht doch gar nicht oh Leute ich bin zu weit geflogen scheiße und wieder hoch ich hab das Lachen gehört ja böses Tyrox ich hoffe du fliegst auch zu weit ne doch ne doch äh 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 ne kann auch nicht ich hab noch Bock mal äh zu sagen äh äh genau so ihr habt ein unnötiges Ziel ausgewählt und das war ne Ente äh äh das war Das war eine Ente mit Stock im Arsch. Oh ja. Das war ein Truthahn. Wie macht eigentlich ein Truthahn? Die Gaggern durch... Alexa, lauter. Alexa, wie macht ein Truthahn? Alexa, die ruft einfach jemanden an. Wen hab ich schon unter Truthahn eingespeichert? Ich glaub das war Cassie. Ne, keine Ahnung, ich hab die Eid jetzt einfach nicht gehört. Kann ich ja auch noch hin. Ne, warte, ich mach das gleich noch mal. Ich muss das Kopf verwarten. Alexa, lauter. Alexa, lauter. Alexa, wie macht ein Truthahn? Alles klar. Ja, ja, kommt hin. Alexa, wie macht der Fuchs? Ja. Alexa, wie macht der Fuchs? Ja, 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 ciao, ja, 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 ciao. Das hat sich eher in Chinesisch angehört. Okay, alle guten Dinge sind drei. Alexa, wie macht der Fuchs? Wow, papapapapapapu. Sie macht einfach nur die Geräusche von Waterfaxe nach. Ja. Die Frau ist dämlich. Die Frau ist dämlich. Ernsthaft? Jetzt hab ich... Was? Phaerox, red mit uns. Du musst da nicht alleine durch. Nein, es ist einfach okay. Okay? Okay? Du kannst trotzdem mit uns reden. Ist okay, Alk. Okay. Ich werde dich nie wieder anreden. Jetzt noch. Boah, du Arsch. Ich nehme alles. 17 Millionen Ep... Leute, wie viel Ep braucht man hier einfach? Ja, gut. Ich habe nur noch die goldenen Quests vor mir. Nee, der hat noch eine blaue. Äh, in welchem Land bist du noch mal? Äh... Ich bin in Gelkmaros. Gut. Nee, du bist gestorben. Nein. Wie oft hast du mich jetzt angelogen? Einmal. Okay. Man kann sich ja auch nicht irgendwie an den Ort binden. Das ist ja das Merkwürdige. Ja. Kann man schon. Aber... Mach ich aber nicht. Ja, ich auch nie. Auf bald. So. Oh, ich muss fesseln... Das ist so... Warum... Was sind... Was ist das für... Was nimmt das Spiel für eine Wendung an? Jetzt will der Edith du, dass ich dem Fesseln besorge. Oh. Oh. Äh... Wo muss ich denn bitte schon hin? Was? Das liegt ja von nur einem Sorte. Alter, warum kann man denn nicht runterfliegen? Wo runterfliegen? Musst du auch so eine Fesseln besorgen? Nein. Okay. Doch. Fesseln. Tatsächlich. Ja. Und dann... Du fliehst... Willst du in die Schrift runterfliegen, oder? Ja. Kannst du doch. Ich bin doch dort auch runter... Wo ich offscreen die Quests angenommen habe. Gott, ich habe nicht. Dann machst du irgendwas falsch. Sprechen mit... Ich gehe jetzt erstmal die andere goldene Quest dort machen. Ich habe jetzt zwei Stück. Da muss ich... Ach du Scheiße. Wo muss ich denn dazu hin? Ah, ich mache hoch. Äh. Äh, äh. Warte. Hä? Jetzt ist die da oben. Gell? Leute, ich muss nach Silente heran mit der Ehen-Quest. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich muss trotzdem da hoch, weil dort ja die andere goldene Quest ist. Ja, gut. Äh. Ja. Dann einmal in die Schlucht runter. Nein, ich bin nicht da hin. Oh, habe ich mich jetzt ernsthaft hier... Also, Tyrox, ich fliege in die Schlucht runter. Ja, ich bin einfach zu imprimierend, das will ich. Du kannst dich sogar im Sturzflug fallen lassen und kurz davor die Flügel ausbreiten. Ja, ja. Aber das ging mir nicht. Na, dann war dein Cooldown noch nie abgelaufen. Äh, doch. Okay. Dann hast du die falsche Taste gedrückt. D-Ball. Nee, mit der einfach. Erste Fesseln. So, ich werde jetzt erst mal gucken, dass es hier bestimmten Obelisten gibt oder so. Mach das. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Komm. 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 Das sind schon wieder schöne gezähmte Manche-Core. Weil ich mich zu langsam bewege. Gesundheit. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Nee. Du bist schneller als ich und bewegst dich zu langsam? Ja. Also gerade so. Dann läuft's bei dir. Hm. Nicht. Ich bin bei. Ich bin mir auch. Ich gebe jetzt kurz noch das Geldmausfest und Kokop-Stern-Basilisten-Köpz. Mach das. Hoffentlich. Ich töte weiter Löwen. Ach, Seelenkrankheit war das. Ja gut, die hatte ich auch schon. Hm, jetzt möchte ich, äh. Wartezeit. Aber es ist gut, dass der Tyrox jetzt nicht da ist. Dann kann ich ganz in Ruhe looten. Hm. Das ist kein gültiges Ziel. Du musst halt ernsthaft zwei Minuten warten. Echt jetzt? Weil, nee, nur weil du gestorben bist? Nee, weil ich mich schon einfach teleportiert habe. Wohin? Ach so. Ja, komm, in der Folge schafft man die hier noch. Jetzt will man die Chor. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Eins und der letzte. Das ist, äh. Das ist das. Das ist das. So. Ohhhhhhh